Moin meine Lieben, heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2024, ungefähr 8.45 Uhr, mein Biegeprotokoll wegen meiner Diabetes geht weiter, bin mal gespannt, dass sie sich hoffentlich mindestens gehalten haben oder abgenommen haben. Das sieht ja nach Abnehmer aus, sehr gut. Heute traf ich mich mit zwei Freundinnen, mittlerweile würde ich sagen, mit Karin ist auch eine Freundschaft. Dieter hole ich erst ab, in den schwarzen Weg. Dann fahre ich noch bei uns nur Karin ab. Dann wollen wir noch mal gucken. Und dann wollen wir reinbegucken, wegen so einem Geheimparkplatz am Krankenhaus da. Und ja, ich werde ja, ich weiß nicht, ob die das schon, die meisten wissen, das Leidt schon. Bald operiert mit Prostatakrebs, damit morgen Untersuchungen stattfinden, ob ich noch was mit einer Herzenhab-Katalogie habe. Und dann gehen wir danach, wie wir uns das angeguckt haben, da Essen, Event of Eats, vielleicht träge ich auch noch ein Video davon. Ja, das sah ganz gut aus. Komischerweise, die Waage zu Anfang weniger angezeigt. Ganz komisch, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.